. Bewegende Geschichten sind nicht selten durch aussergewöhnliche Ereignisse geprägt. So auch diese. Zeitlebens war Sepp Epp ein Bergbauer mit Leib und Seele. Doch jetzt hindert ihn sein Körper. Die geliebte Arbeit ist zur Qual geworden. Es geht schon etwas anders. Aber man arbeitet etwas. Man versucht etwas zu machen. Man versucht etwas zu machen. Aber sonst ... Es ist etwas mehr. Die Familie sucht eine Lösung, damit es mit dem Hof irgendwie weitergeht. Man hat ja immer noch ein Tier, damit man etwas hat. Aber das haben wir die Bäuer nicht mehr zu tun. Das ist nur, wenn man Zwerghase hat. Es ist ein Bauer, wie sein Vater einer war. Und auch der Grossvater und der Urgrossvater. Heute kann der Familienbetrieb nur dank Mithilfe der Kinder aufrechterhalten werden. Der Bergbauer hofft, dass eines von ihnen den Hof übernehmen wird. Noch ahnt er nicht, dass dieser Wunsch für die Familie zur Zerreissprobe wird. Dieser Film spielt vor der grandiosen Kulisse des Madaranertals im Kanton Uri. Das Tal zählt zu den wildesten Gegenden der Schweizer Alpen und liegt auf der Nordseite des Gotthard-Massivs. In den Wintermonaten fällt kein Sonnenstrahl auf den kleinen Bauernhof. Ein Schatten scheint sich aber auch über die Familie gelegt zu haben. Während den fast 20 Jahren Drehzeit stellt sie das Leben immer wieder auf die Probe. Das Madaranertal, eine rauhe Alpenwelt. Die Naturgewalten sind nah und spürbar. Die Naturgewalten sind nah und spürbar. Die Naturgewalten sind nah und spürbar. Im Winter führt der Schulweg von Sebs Kindern, Marianne, Silvia und Marcel, mitten durchs Lawinengebiet. Habt ihr aber Angst auf dem Schulweg? Ja, wenn es wirklich viel Schnee hat, dann hat man schon Angst. Dann geht man gleich in die Schule, oder wie gesagt? Ja, also der Daddy fährt ins Feeren. Man schaut einfach, wenn es zu viel Schnee hat, dann bleiben wir zu Hause. Vor Jahren donnerten die Schneemassen bis ins Wohnen, ja selbst bis ins Kinderzimmer hinein. Es war alles kaputt. Die Schränke, die Schränke, die Schränke, die Schränke sind hier unten gelegen. Alles war über mir. Es ist von dieser Seite ein Fenster drin gemettert. Und da stand noch Wann, da hat es auch umgelegt und sogar die Tiere hat es noch runtergekriegt in die Stegenhäuser. Der Januar ist ein Monat, in dem viele wohl am liebsten verreisen möchten aus dem Weiler, der 900 m über Meer liegt. Doch die Familie Epp bleibt, trotz aller Naturgefahren, die drohen. Im Februar stürzt eine gewaltige Lawine auf den Weiler. Nur gerade ein Steinwurf vom Hof entfernt kommen die Schneemassen zum Stehen. Am Morgen danach. Die Familie ist wohlauf, doch das Acherli ist von der Umwelt abgeschnitten. Die Brücke hat einen Traum gerissen. Die liegt hier irgendwo an einem Ort oder das Land auf dem Schnee. Man sieht nur an dem Mann, der für eine Wucht das hat. Es sind doch nur eine rechte Flecklinge, die sich hier eigentlich wie tief verirrt. Man sieht an diesem Mann, dass man als Mensch keine Chance hat, zu überleben. Aber am besten ist es immer, wenn man etwas früher im Haus bleibt. Und ja, aber man weiss wirklich nie, wenn uns so etwas passiert. Ja. Ja. In diesen engen Talabschnitt ziehen 2005 zwei neue Bewohnerinnen ein. Die fünfjährige Tamara und Maria Epp. Kurz danach gibt es Zuwachs. Maria, die zufälligerweise den gleichen Nachnamen hat wie Sepp, kam als Haushälterin. Also ich habe mich trennt vom Vater von Tamara. Und dann bin ich wieder ein halbes Jahr auf die Schweiz zurück, habe dort draussen gearbeitet. Und da habe ich das Altshaus. Und dann hat es sich so ergeben, also ich habe sie hier schon in Bristen wieder gewohnt. Und sie wurde hier die Stelle frei. Und so bin ich dann hier hinterher gekommen. Jetzt sind Sie aber schon ein bisschen mehr als Haushälterin geworden, oder? Ja, jetzt habe ich hier eine Tochter, also gemeinsame Tochter miteinander. Ihr Name ist Julia. Also Sie sind schon ein bisschen eine Patchwork-Familie, kann man schon sagen. Ja, nicht nur ein bisschen eine richtige Patchwork-Familie. Ist das hier im Bericht dahinter noch eine Ausnahme, oder? Das ist sehr eine Ausnahme, ja. Das ist, also ich weiss jetzt keine Familie, die so wäre wie wir hier. An diesem Nachmittag hat Marcel schulfrei. Selbstverständlich hilft er seinem Vater bei der Arbeit. In seine Fußstapfen möchte der 13-Jährige aber nicht treten. Er glaubt, dass man als Bergbauer bei den Frauen keine Chance habe. Die meisten denken es ja an, sie sind die Böhrer, sie stinken nur und, ja. Das ist ja noch schwierig heute. Marcel und seine beiden Schwestern Marianne und Silvia wuchsen praktisch ohne ihre leibliche Mutter auf. Geil. Schon 1998 hat seine damalige Frau ihn und die gemeinsamen Kinder verlassen. Das ging eigentlich relativ schnell. Sie ging schon einmal auf Serbien zurück. Nachdem sie zurückkam, war alles verkehrt. Der andere Tag ging sie dann schon. Was soll genau dahinter und was, das weiss ich auch nicht. Das war aber eine schwierige Zeit für Sie. Sie waren allein mit den Kindern, oder? Das war also ganz schwierig. Ja, ich habe nicht immer nur einfache Zeit erlebt da. So wegen dem habe ich dann schon ... Aber ... Man muss es auch so und manchmal schnell, wenn es kommt. Man kann das auch nicht immer ... Man kann es nicht erzwingen und man kann ... Äh ... Aber ich hoffe, dass es immer wieder kommt. Ich hoffe, dass es immer wieder kommt. Nur wenige Male in seinem Leben hat der Bergbauer das Madaranertal bisher verlassen. Eingebettet im steilen Gelände liegt sein Wiesland. Ein Fehltritt könnte fatale Folgen haben. Zudem kann es jederzeit Steine hageln. Was ist denn da mit den Nachbarn passiert? Ja, das war im Sommer. Da sind da oben oben Steine gekommen. Und sie hat einen Steine schon gesehen. Und hat sich auf der Vox ... äh ... ... hat sie gelegt. Und hat aber der Zweite, der auf sie loskam, hat sie aber nicht gesehen. Und ist ihr in den Lieb gesprungen. Und sie ist an dem gestorben. Es ist eigentlich kurz drüber abgestorben. Im Winter haben sie Lawinen im Sommer Steinschlag gefahren. Das ist für einen Unterländer, wie ich bin, fast etwas schwierig zu nachvollziehen, dass sie hier leben. Ja ... Es ist schon wie die Saison, aber ... Ich weiss nicht, ob ich in die Stadt ziehe, wie lange ich hier leben würde, wenn ich in den Verkehr hinein müsste. Es ist ja das andere. Also ... Ja, man ... Von jung auf lernt man mit den Gefahren umgehen. Und man soll ... ... nicht Angst haben vor den Gefahren, aber man soll es einfach ... ... ja ... ... mit achtig irgendwie immer begegnen. Und dann geht das schon. Ja, das ist eigentlich ein herrlicher Moment. Man kann mit den Zug gehen. Das Familienoberhaupt führt den Zug mit den sieben Kühen an. So will es die Tradition. Hinter den Tieren folgt Marcel. Plötzlich hat Sepp Schmerzen im Knie. Zum ersten Mal in seinem Leben übernimmt Marcel die Führung. Sepp muss ihm Auto dem Alpaufzug folgen. Das ist auch sehr leid, dass ich nicht mit den Kühen marschieren konnte. Also ... Es war ja so schönes, mit denen Thielen in die Alp zu gehen. Aber ich ... Ja, ich muss mich jetzt einfach versuchen, noch ein bisschen zu schonen. Okay, selber wissen, was ist besser hier, als nur noch ich. Das Ziel ist die Alp Etzli unterhalb des Hruizli-Passes auf 1350 m über Meer. Hier verbringen die Kühe die nächsten drei Monate. Die Alp wird als Genossenschaft geführt. Sepp ist Präsident der verschworenen Gesellschaft. Die Bergler leben eng verbunden mit der Natur und ihrem Glauben. So darf ich jetzt einerseits auch die Menschen, die sich um das Fee kümmern während des Alpsomers, aber auch das Fee, die sich um das Fee kümmern, und die sich um das Fee segnen. Büt' uns Gott und der lieben Jesus Christ, Vieh und Hab und alles, was hier oben ist. Büt' uns Gott vor der bösen Stunde, es walt der Gott und die lieben Mutter Gottes und alle Heiligen. Hier ist es. 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 Im Juli verbringt die Familie Epp viel Zeit auf ihrem Wiesland, welches 15 ha umfasst. Hier ist es schön. Hier ist es wunderbar. Die Kinder haben Schulferien und packen ohne Morren und Klagen mit an. Es ist halt so, wir sind ja unsinnig dankbar, was der Tad für uns gemacht hat. Er hatte viele strenge Zeiten im Leben. Wir sind immer herum und haben immer gleich auf uns gelaggt. Und darum geben wir ihm noch eine Hilfe nach Hause, die wir uns auf ihn richten können. Eins, zwei, drei! Im Sommer 2009 zieht Unheil über dem Achali auf. Ein Mordfall, der in der Innerschweiz viel Aufsehen erregt, betrifft direkt die Familie Epp. Der Mordprozess findet im Landratssaal von Altdorf statt. Bei der mutmasslichen Täterin handelt es sich um selbst geschiedene Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Kinder. Nachdem sie die Familie im Achali verlassen hatte, heiratete sie ein drittes Mal. Kurz danach soll sie ihren neuen Ehemann durch das Spritzen einer Überdosis Insulin getötet haben. Handfeste Beweise gibt es keine, und so kommt es zu einem Indizienprozess. Das Obergericht spricht sie schuldig und verurteilt sie zu neun Jahren Freiheitsstrafe. Sepps Ex-Frau beteuert nach wie vor ihre Unschuld und reicht Beschwerde beim Bundesgericht ein. Gehen wir mal schauen, wo sie ist. Marianne, Marcel und Silvia besuchen im September ihre Mutter. Sie wurde aus der Haft entlassen, weil das Bundesgerichtsurteil noch aussteht. Hallo, Silvia. Hallo, Schatz. Dragica Epp ist gebürtige Serbin. Die 44-Jährige war dreimal verheiratet. Sie wohnt bei ihrer Tochter aus erster Ehe, die auch schon Mutter ist. Ja, immer gerne malen. Ich bin kein Mörder. Ich bin sehr froh, wenn mein Mann aufsteht und mich mit mir weitererlaubt. Das sind die beste 20 Jahre in der Schweiz. Meine beste Leben. Ich würde ehrlich sagen. Was bedeutet das, dass die Mutter wieder da ist? Viele. Die Schwestern haben in der Schule etwas genervt, wegen der Mama im Gefängnis war. Aber ich habe immer gesagt, dass sie sich links liegen lassen, das bringt nichts. Dann habe ich zuerst hören, der Verdumme ist ja nur. Ja, das war am Anfang ... Es war ein Händler in der Schule, dass sie vielleicht einen dummen Spruch haben lassen oder so. Aber er zeigte sich, dass ich leid. Es war auch für uns eine Sprengende Zeit, wo wir sie in das Gefängnis besuchen mussten. Das war für die Familie streng. Das war für mich auch. Ich musste rein gehen. Man konnte zwischen den Tieren reingehen und schnell eine Stunde miteinander reden. Dann sah man sie wieder eine Zeit lang nicht mehr. Die gemeinsamen Stunden könnten gezählt sein. Sollte auch das Bundesgericht Draghi Chaep schuldig sprechen, müsste sie zurück ins Gefängnis. Ich möchte zurück zum Gruß. Jui. Komm. Das Madaranertal an Weihnachten 2009. Während der Feiertage erfahren die Kinder der Familie-App Neues über ihre Mutter. Deren seien es, es ist gerade halb sechs. Das ist das Regionaljournal. Das Regionaljournal Zentralschweiz mit diesem Inhalt. Was Urnerobergericht in einem Tötungsfall entschieden hat, ist richtig. Das Bundesgericht stützt das Urteil vom Urnerobergericht. Das hat eine Frau wegen vorsätzlicher Tötung zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von der Anklagten und von der Staatsanwaltschaft abgeweisen. Ich weiss auch nicht, ich kann gar nichts dazu sagen. Das hat mich jetzt gerade irgendwie erschlagen. Das hat mich jetzt eigentlich gerade ... ... das Ganze, dass man es über das Radio erfahren muss. Es kann ja nicht sein, dass ... Ich weiss auch nicht, wer da vorne drin ist, dass sie das hinter den Angehörigen sagen, zuerst am Radio und an allen möglichen Medien dann ... Ja, ich finde das schön. Ich habe das Gefühl, die haben gar nicht darauf gelegt, dass die Frau auch noch Kinder hat. Nein. Es ist eigentlich nur die Base und wir müssen damit leben. Lange die Weise. Okay. Herr Epp, jetzt ist die Nachricht gekommen, dass Ihre Ex-Frau jetzt tatsächlich verurteilt wurde für Bundesgericht. Was denken Sie da? Ja, also ... Wenn Sie es so gemacht haben, also in gutem Namen, aber wir hatten einfach Kindleute, die jetzt eigentlich im ganzen Schlamassel sind, die Leidtragenden. Also die hatten wir wirklich ... Leid, aber sie können arbeiten und machen. Und dann ... Ich möchte mit dem auch noch fertig werden. Das ist ja ein Problem. Schicksalsschläge musste er schon einige verkraften. Er nahm sie hin, ohne zu klagen. Sepp findet seinen Frieden bei der Arbeit mit den Tieren. Viel verdient er damit nicht. Also ich denke, keine 20'000 Fr. Im Jahr? Im Jahr. Also ... Wenn ich ... Und wie kommt man dann hier durch? Ja. Ja, man kann schränkemessen natürlich auf alle weise und alle Schränke, sogar das geht. Man kann doch ja nicht immer rausgehen und gehen. Das ... Aber ich sehe nicht, dass es nötig ist. Ein Jahresbudget von netto 20'000 Fr., das gilt nur dank Selbstversorgung. »Ich werde mal, heilige Nacht«, »O Herr Sohn, O wie alt«, »Lieb aus deinem göttlichen Mund«, Dann umschlägt ihr rettende Sturm. Nur Julia, die Kleinste, bekommt ein Geschenk. Farbstifte, eine Stoffpuppe und ein Malbuch. Mehr liegt nicht drin. Ich sage immer meinen Kindern, wenn sie etwas haben, als sie etwas schenken zu Weihnachten, wenn es nicht so dringend ist. Das Mähen fällt ihm zunehmend schwer, die Hüfte schmerzt, aber auch seine Knie- und Fussgelenke plagen ihn. Nur dank Schmerzmitteln kann er noch arbeiten. Ich habe eigentlich schon ein bisschen Probleme. Aber jetzt ist schon im Wetter. Man darf eigentlich nicht einmal daran denken. Was heisst ein bisschen Probleme? Ist es schlimmer geworden? Ja, dann sollte ich ja immer etwas schlimmer sein. In diesem Sommer schwingt der Bergbauer zum letzten Mal die Sense. Bald wird er erfahren, dass seine Gelenke aufgrund der schweren Arbeit massiv abgenutzt sind. SWR 2022 SWR 2022 Den Oktober verbringt er im Spital Liestal. Beide Sprunggelenke wurden versteift. Der Arzt hat aber gesagt, er hat nicht gerade einmal so einen kaputten Knochen gesehen. Von der Abnutzung her. Ich meine, eine gewisse Zukunft zusammengestellt hat man sicher. Ich meine, wenn man dort eine Operation hat, dann hat man sicher die Zukunft zusammengestellt. Aber ja, vorwärts schauen. Während der Bergbauer im Spital liegt, bleibt viel Arbeit an seiner Lebenspartnerin Maria Epp hängen. Sepp sagt ihr am Telefon zwar, was es zu tun gibt, aber seine Zukunftsängste behält er für sich. Das weiss ich nicht, weil er ist ja immer eine Person, wo entweder geht es oder es geht nicht. Und eine solche Operation mit den Fassgelenken gibt es gar nicht anders. Wieder abwarten und schauen, wie der Heilungsverlauf sein wird. Und dann wird man es wissen. All die vielen Sorgen wachsen Maria über dem Kopf. Sie zieht sich ab diesem Moment von den Dreharbeiten zurück. Nur noch in seltenen Fällen lässt sie sich filmen. Einmal mehr war der Bergbauer im Spital. Hallo. Frisch operiert kehrt er nach Hause zurück. Hallo. Sind wir wieder an? Ja, ja. Hallo, Julia. Zu den bereits früher versteiften Sprunggelenken erhielt er auch noch Prothesen an beiden Knien. Zudem wurde ihm ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Hei. Die hat wieder da, die wieder da ist. Hei. Hoho. Hei. Während seiner Abwesenheit regnete es oft im Madaranertal. Die Grasernte fiel mager aus. Nun fehlt es an Heuvorrat für den Winter. Sepp braucht zusätzliches Futter für die Tiere. Für das nötige Geld muss er eine Kuh verkaufen. Was hast du für diesen hier? Er ist fast unverkäuflich. Hä? Es ist immer so. Wenn man eine Tiere hinter dem Geld hat, die man nicht verkaufen will. Ja, du hast ja noch ein paar Geld. Ja. Wieso wollen Sie die nicht geben, die Kuh? Ja. Wenn man Aufzucht macht ... Man musste nicht immer die Auri Besten verkaufen. Aber jetzt ist der Handel so schlecht, dass man ihnen geben, die sie eigentlich wollen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und dann hat man noch ein paar Franken. Aber ... Ich nehme die hier hinten. Den anderen auch. Ja. 3'000. Ein halbes Jahr ist vergangen seit seinem letzten Spitalaufenthalt. Noch immer schmerzt ihn jeder Schritt. Er ist nicht mehr der Bergbauer, der er einmal war. Sepp kann seiner geliebten Arbeit nicht mehr nachgehen wie gewohnt. Schweren Herzens entschliesst er sich, ein paar weitere Tiere zu verkaufen. Das ist ein ganz schwieriger Moment. Also ... Man ... Es könnte zu Anfang vom Ende sein von diesem Betrieb zu machen. Der Bergbauer will die Hoffnung aber nicht aufgeben. Würde eines seiner Kinder den Hof übernehmen, könnte der Familienbetrieb weitergeführt werden. Kürze und den Hof übernehmen werden. Das ist das, was es tut. Am Zürcher Hotel Leonek arbeitet seit kurzem eine junge Frau aus dem Maderaner Tal. Grüß Sie. Grüß Sie. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne einchecken. Einchecken, gerne. Marianne ist hier als Rezeptionistin angestellt. Parallel dazu besucht sie die Hotelfachschule. Das Leben in der Stadt ist mit vielen neuen Eindrücken verbunden. Etwas, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass Gäste weniger Zeit haben. Im Kontenieur ist das sicher ... Dann haben sie die Leute auch etwas gemütlicher, v.a. beim Oberland. Und hier ist alles mit der Zeit eher knäpper. Also, den Schlüssel. Ihr Herz hat sie nicht an Zürich verschenkt. Mariannes Heimat bleibt das Acherli im Madaranatal. Danke. In meiner Freizeit gehe ich sicher jedes Mal nach Hause auf Pristen. Im Sommer, als es so heiss ist, habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich immer hier bin. Ein paar Wochen später. Im Mai 2015 in der Zürcher Hotelfachschule Belvoirpark. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe alles fröhlich, strahlende Gesichter gesehen. Das gehört sie natürlich auch so, wenn sie jetzt in ein paar wenigen Augenblicken ihr wirklich verdientes Diplom entgegennehmen dürfen. Ich gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich zu ihrem Diplom. Das Strahlen in ihrem Gesicht ist eindeutig. Sie freuen sich auch. Alles Gute. Schön, dass Sie da sind. Marianne Epp hat nach drei Jahren Ausbildung die Hotelfachschule erfolgreich abgeschlossen. So geil. In den Anfangsjahren in der Schule hatte ich mir nie geträumt, zu sagen, sie kann so einen Beruf lernen. Das hatte ich mir nie geträumt. Ich habe etwas bekommen, das oft noch immer gesagt hat, die Kinder zum Macherchen werden das wahrscheinlich nie erreichen. Das ist so ein Gefühl, wo ich denke, ich habe doch etwas erreicht, das alle immer gesagt haben, das wird sie nie machen können. Es wird nie etwas Gutes erreichen können. Das ist so richtig eine Erleichterung. Ich habe etwas gemacht, und ich habe den Willen durchgezogen und hatte den Willen, das zu arbeiten. Und ähm ... Jetzt bin ich eigentlich mega glücklich. Ich kann gar nicht sagen, wie frei ich bin. Ich verstehe. Während Marianne im Hotel arbeitet, beginnt im Sommer 2015 ihr Bruder Marcel Epp eine Lehre als Lastwagenchauffeur. Noch fehlt ihm der Fahrausweis. Deshalb ist er meistens in der Werkstatt des Transportunternehmens anzutreffen. Vor allem sieht man es eigentlich wunderbar. Ich sage, der Job wird einfach brutal unterschätzt. Ich habe am Anfang auch immer gemeint, dass der Chauffeur den ganzen Tag im Lastwagen sitzt und dreht seine Runde. Und jetzt, wenn ich mittlerweile mit den Müssebildnern fahre, musste ich selber merken. Am Abend bist du körperlich, bist du noch Geld weg, oder? Aber geistig bist du müde. Die Belastung auf der Strasse ist ja nicht zu unterschätzen. Das ist ja so. Aber gefallen. Ich habe gesagt, ich will nie mehr anders. Also wirklich ... Nach wie vor wohnt er bei seinem Vater. In seine Fußstapfen treten möchte Marcel nicht. Aber der 19-Jährige packt in jeder freien Minute auf dem Hof mit an. Ob ich das will oder nicht, ich messe das. Anfang Juli hatte ich eine Woche Ferien. Anfang August hatte ich eine Woche Ferien. Die Zeit habe ich eigentlich mehr oder mindre komplett genutzt, um meinem Vater zu Hause zu helfen. Der Sommer geht dem Ende entgegen. Die Bauern der Genossenschaft von Bristen treiben ihre Tiere von der Alp zurück in die Ställe. Den Alpabzug sitzend am Streuermit zu erleben, ist für den 63-Jährigen schon fast zur Gewohnheit geworden. Mit seinen versteiften Knöcheln und künstlichen Gelenken kann er nur noch kurze Strecken zu Fuss gehen. Ein einzig Kuss. Ein einzig Kuss. An einer Weggabelung werden die Tiere auf die einzelnen Höfe aufgeteilt. Hier trifft er auf die anderen Bauern und auch auf Silvia und Tamara. Die können dort eigentlich gerade abtäuben. Was ist jetzt weg? Ja, jetzt habe ich noch zurückgegangen, die ich nicht hören wollte. Ich bin etwas schierig. Ich wollte mir eigentlich nicht denken, an den Schiffen zu kommen. Aber ich komme nicht mehr davon. Ich habe immer so ein Licht zurückgegangen. Ja. Da kommt alles weg. Irgendeine ist es. Diese hat gesagt, wenn ich 50 Jahre alt nicht will, dann ist es echt noch topisch. Ja, richtig, ganz genau. Nicht jeden Tag gleich. Ja, ja. Alles Gute. Und die Wachs noch geht die Zeit. Fühlen Sie sich jetzt ein bisschen. Die Abzeit haben Sie nicht mehr so viel mitgemacht wie früher. Ja, das sagt man so. Das ist eigentlich das, was man am festesten machen kann. Was man nicht mehr mitsähen und mitgehen kann. Das habe ich immer gerne gemacht. In die Talbinnen arbeiten. Das ist eigentlich ... Wir haben sie nie gemessen, zweimal weiter. Da bin ich schon gegangen. Aber es ist einfach fertig. Man kann nicht mehr arbeiten. Ja, das ist nicht mehr wert. Ja, das ist nicht mehr wert. Wie es weitergehen soll mit dem Familienbetrieb, wird zur zentralen Frage. Tamara ist mit ihren 14 Jahren noch zu jung dazu. Silvia hat eine Ausbildung als Pflegefachfrau abgeschlossen. Momentan ist die 20-Jährige auf Stellensuche. Im Achali sieht sie für sich keine grosse Zukunft. Grundsätzlich habe ich das Vieh sehr gerne und das Bäuer. Aber hier oben ist einfach ... Wenn du alleine bist, hast du gerade verloren. Du musst gar nicht anfangen. Du brauchst einen Partner, der voll mitzieht. Und sonst geht es einfach nicht. Bald hat Tamara die obligatorische Schulzeit hinter sich. Langsam muss sie sich mit der Berufswahl auseinandersetzen. Ja, mir gefällt der Koch ziemlich gut. Und die Bäuerin? Nein, das kann man eher nicht. Nein? Der Bergbauer sieht sein Lebenswerk bedroht. Es ist ein bisschen schade, dass man so viel investiert hat. Und das Letzte. Immer mehr. Also Hand aufs Herz, es tut ihnen weh. Es tut mir eigentlich schon weh, das auf jeden Fall. Also, dass sich jeder überwiesen kann, wenn er in die Pension kommt, dass ein Junge da ist, und dass man dem Jungen noch etwas helfen könnte, und das war das Schönste. Aber wenn da keiner mehr püren, dann kann man dann immer helfen. Aber selber ist es ja dann fertig. Bevor Sepp den Acherlihof übernahm, war hier seine Mutter Katharina Ebb-Bäuerin. Seit vier Generationen ist der Hof in Familienbesitz. Die grossen gehen ja sonst auf Bopmi, oder? Mhm. Die Strafanstalt Hindelbank im Kanton Bern. Dragica Ebb, die Mutter von Marianne, Silvia und Marcel, wird entlassen. Von ihren neun Jahren Haftstrafe musste sie deren Sex absitzen. Marcel, Mami, Sohn. Morgen. Guten Morgen, mein liebes Sohn. Morgen. Hallo. Morgen, Schatzi. Wie geht's? Maul, maul, gut. Schön. Marcel, es ist kalt. Sie ist kalt. Ja. Wie geht's? Ja, es geht, Marcel. Wie geht's? Es ist eine Freude unter meiner Familie, unter meinem Sohn. Diese Freude wird zu lange warten, bis dieser Tag kommt. Ja, es war nicht einfach, aber ich meine, jetzt hat sie es geschafft. Jetzt kann sie das Kapitel abschließen, das ist ja für uns. Das ist für uns eigentlich schön. Die Mutter wieder in der Nähe, kann man sagen, die Familie ist wieder zusammen. Dragica Ebb hat laut Bundesgerichtsurteil ihren dritten Ehemann durch eine Überdosis Insulin getötet. Hey. Tschüssi. Tschüssi. Es ist noch schwierig zu sagen, ob sie es gemacht hat oder nicht. Aber wenn sie es gemacht hat, ist es so. Und wenn nicht, ist es angegangen. Sie wurde gestraft, dann ist sie jetzt ja mit diesen sechs Jahren hier raus. Und ich hoffe, wenn sie es gemacht hätten, dass sie etwas zu uns gelernt hätten, dass man merkte, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Äh, ja. Aber ich ... Nein, daran glaube ich nicht. Also, ja ... Nein. Im Untergeschoss seines Hauses im Kanton Uri bezieht Dragica Ebb eine Sozialwohnung. Die Kinder haben die Möbel organisiert und die Wohnung eingerichtet. Zufrieden mit diesen Möbeln? Zufrieden schon. Mit der Wohnung heim. Hast du meine Kultur? Von Zara draussen. Ja. Aber ... ... diese Wohnung ist ... ... für mich nicht so gut. Warum? Eine schöne Wohnung, aber wegen meiner Aschmer. Nicht so übel. Nein, nein, ja. Zufrieden sein? Aber momentan ist das für mich sehr gut. Ja, ich brauche einen Kaffee, einen Pizze, um ... Der Neuanfang erfüllt die 50-Jährige mit Sorgen. Meine Arme weh. Ich liebe Land, ich liebe Schweiz. Ich bin nicht Mörderin. Wirklich, ich bin nicht so ein Mensch. Ich bin nicht Möbel. Ich würde mir totweh, wenn ich so mit mehr Möbel mache. Aber wirklich, ich bin keine Mörderin. Und du musst nicht Angst haben, dass du nicht auf die Strasse gehen sollst, dass sie meinen Finger auf dich zeigen. Darüber musst du sicher nicht Angst haben. Das ist gross. Das machen sie nicht. Du musst nicht Angst haben wegen dem? Scheine Schmerzen. Kommt schon gut. Die Deine Schmerzen. Sepp muss sich erholen. Eine starke Grippe machte ihn zum medizinischen Notfall. Und oftmals hat es mir einfach geweiht. Ich musste wirklich in den Spital gehen. Ich hatte nicht mehr ... Ich konnte nicht mehr knüpfen, nicht mehr gehen, nicht mehr arbeiten. Es gab einfach nichts anderes. Sohn Marcel hat extra Ferien genommen, um das Vieh zu versorgen. Wie hörst du? Wird auch nicht besser. Sohn. Sein Vater hat wieder ein paar Tiere dazugekauft. Im Stall müssen jetzt acht Kühe und acht Rinder versorgt werden. Marcel unterstützt seinen Vater mit gemischten Gefühlen. Es gibt sicher Tage, wo man sagt, warum esse ich jetzt wieder. Andere meint ja auch nicht. Aber ja, er hat immer alles gemacht für uns. Und auch jetzt noch. Ich bin der Lehrer und habe noch nicht viel Geld. Ich habe jetzt in meinem Auto ein Pneum oder einen Service. Das ist auch einer, der mir helfen hat, dass es noch alles wieder stimmt. Und dann haben wir gesehen, dass es nur gerecht ist, dass man an den Jungen etwas machen muss. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. Hallo, ich bin hier. Stefan Roos ist ein 25-jähriger Bauer im Luzernischen Rooswil. Er hat 20 Kühe und lebt von der Milchwirtschaft. Via Facebook lernte er vor einem Jahr eine 23-jährige Frau aus dem Kanton Uri kennen. Seit ein paar Monaten leben die beiden gemeinsam auf dem Hof unweit des Sempachersees. Seine Herzdame ist Silvia Epp. Gerade musste sie ihre Hüfte aufgrund einer Fehlbildung operieren lassen. Auf dem Hof mitzuhelfen, ist ihr deshalb nicht möglich. Stefan ist das egal. Der Bauer ist einfach froh, dass er sein Glück gefunden hat. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, habe ich gewusst, dass das die richtige Föhrmung ist. Sicher? Ja. Die grosse Liebe? Ja. Sicher? Für mich ist es einfach schön Liebe auf den ersten Blick gesehen. Bei dir auch, Silvia? Ja, ich bin aber etwas anders veranlagt. Bei mir ist das nicht so einfach. Also eben Sympathie. Alles andere muss man aufbauen. Silvia würde gerne wieder als Pflegefachfrau arbeiten. Aber ihre Gesundheit lässt das momentan nicht zu. Dafür brachte sie bereits neuen Schwung in den Betrieb. Sie eröffnete einen kleinen Hofladen. Läuft das Laden schon bis jetzt? Nein, nicht wirklich. Wir sind nicht im Zentrum des Dorfes. Viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es diesen Hofladen gibt, auch wenn wir es signalisiert haben. Aber es war jetzt mal ein Versuchwerk. Wenn ich dann merke, dass es überhaupt nicht läuft, dann kann man es dann wieder zusammen räumen. Stefan hat den Hof und seinen Eltern gepachtet. Den Vater sieht er nicht oft. Das Verhältnis zu ihm ist angespannt. Silvia ist in ihrem neuen Leben noch nicht ganz angekommen. Für mich ist das Acherli. Ja, schon. Also, wir gehen viel hinauf. Wir haben ganz einen guten Draht zu meinem Vater und zu den Geschwistern. Aber es ist manchmal schon, dass ich denke, ich bin halt nicht hier aufgewachsen, ich bin halt schon im Acherli zu Hause. Im Acherli bei Sepp und seiner Familie fühlt sich auch Stefan sehr wohl. Dass der Bergbauer den Hof an die nächste Generation übergeben will, weiss auch er. Kannst du dir vorstellen, mit Silvia Sacherli zu sein und Sacherli zu übernehmen? Nein, könnte ich jetzt nicht. Ich habe auch nicht den Typen dazu. Ich denke nicht. Wenn wir zusammenbleiben, werden wir dahin schauen, das zu managen. Ja. Ich werde gleich mein Beruf neu sein, aber im Moment von Püren könnten wir nicht leben. Und, äh, ja. Ich bin da. 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 Dragica Epp gibt ein Abschiedsfest. Die Mutter von Marianne, Silvia und Marcel verlässt die Schweiz. Sie zieht zu ihrem neuen Lebenspartner in den Balkan. Es ist dann in der Streetkamera der TV. Mein Mann ist Serbinić. Und wo ist er jetzt? Äh, das ist meine Wohnung, das Zimmer, wo meine Schwagerin Küche gibt. In Montenegro? In Montenegro, genau. Auch Marcel kommt, um seine Mutter zu verabschieden. Sie wird ihn, so wie die anderen Kinder und Enkelkinder aus erster Ehe, nicht mehr häufig sehen. Mir tut weh. Von der ganzen Familie weh. Aber nichts anderes machen ich muss. Ich bin jetzt zu viel immer mit ... Könntest du auch hierbleiben? Nein, Silvia. Nein, Schatzi. Du kannst ja drei Monate hier, drei Monate um. Ich habe hier kein Leben. Ich bin nie ein Leben. Mein Leben ist total kaputt, Schatz. Ich mache nicht mehr wirklich psychisch. Ich mache nicht mehr einfach. Es ist nicht mehr in der Schweiz, aber es ist ja nicht ab der Erbe. Und wenn sie finden, dass es das Beste ist, dass sie das so machen. Ich bin der Meinung, besser als sie hat man es nicht. Aber wenn es ihr Willen ist, dann lassen wir sie gehen. Ja, oder? Mama! Danke. Mama, danke gerne. So. Kannst du ein Foto machen. Bei Silvia und Stefan kündigen sich Veränderungen an. Sie ist im dritten Monat schwanger. Überraschend, dass du schwanger geworden bist, oder gewollt? Schon eher überraschend, aber nicht weniger gewollt. Heisst es mir schon, was es gibt? Buben oder Mädchen? Nein. Nein, noch nicht. Ich weiss gar nicht, ob ich es wissen will. Das kommt eigentlich nicht darauf ab. Wenn man zwei Fallgeburten hatte, ist man zufrieden, wenn man ein gesundes Kind hat. Trotz zweier Fehlgeburten ist die 23-Jährige zuversichtlich, dass diesmal alles gut verlaufen wird. Die Vorfreude auf das Kind wird allerdings getrübt. Die Finanzen des Hofes liegen in Schieflage. Die Existenzängste sind schon ein bisschen da. Ich habe sich am Abend Gedanken gemacht, nach getan Arbeit. Ich habe gedacht, dass ich alles durchbringe. Mögen wir es machen? Und wie es nachher ein Kind da ist. Ja. Belastet das die existenzielle Angst an einer Beziehung? Ja, das sowieso. Das auf alle Fälle. Wir hatten schon intensiven Gespräche. Mögen wir es machen? Wie sehen wir die Zukunft? Vor allem, weil ich ganz andere Vorstellungen habe, der Idealhase z.B. er hat. Wir müssen immer den Mittelweg finden. Ich habe natürlich auch vom Täti, ich habe so viele Sachen gelernt und nur noch. Und das nimmt man automatisch mit und hat dann das Gefühl, wenn man nachher einen Betrieb mit meinem Partner managt, das sollte dann auch so laufen. Dann ist da vielleicht manchmal bei ihm, wo er sagt, ich will das jetzt anders machen. Ja. Vieles läuft nicht so, wie gewünscht. Beim Gehen schmerzt die operierte Hüfte noch immer. Auch eine Stelle hat Silvia noch nicht gefunden. Zudem bleibt die Kundschaft im Hofladen weiterhin aus. Es ist nicht eine gewisse Enttäuschung da. Jetzt bist du vom Maderanertal runtergekommen, hast du gemeint, es sei ein bisschen ein besseres Boden, ein bisschen ein anderer Hof. Fast die gleichen Existenzkämpfe dort oben. Ja. Mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet. Am Anfang. Also ... Aber am Anfang, wenn man so frisch verliebt ist, sieht man das Ganze noch nicht so. Es ging etwa ein halbes Jahr, bis ich anfangs ein bisschen hineingesehen habe, wie es hier läuft. Und ich konnte natürlich vom Daddy schon viel kennenlernen. Und ähm ... Jetzt sind wir halt schon recht am aufräumen und am umstrukturieren und am machen. Und ich kann das tun. Marianne verbringt diesen Sommer jede freie Minute in Weiler-Acherli oberhalb von Bristen. Die 27-Jährige führt den Hof ihres Vaters praktisch im Alleingang. Und das nebst ihrem 100-Prozent-Job im Gastgewerbe. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht oft so einen strengen Sommer, als ich diesen Sommer hatte. Ich war im Anschlag. Ich versuchte, so viel zu machen, als ich mag. Ich habe es auch für mich gemacht. Wenn ich es nicht mehr hätte, würde mir etwas fehlen. Und ja, es wäre dann auch schade, oder? Und dann habe ich gedacht, das Biss ist vielleicht gescheitert. Nein, ich gehe auf 10, und es gibt dann wieder andere Zeiten. Und irgendeine schlaue Lesung kommt sicher irgendwie zur Ankunft. Die Vorfreude auf das Kind will Silvia mit ihrem Vater teilen. Das ist alles menschlich. Das ist ja richtig. Ich hatte auch gerne ein Kind. Und wenn sie gerne ein Kind haben, soll sie haben. Das ist ja das Recht. Wir haben ja immer eigentlich gewusst, wir hätten jetzt niemals Angst gehabt bei dir. Und wenn wir jetzt noch 16 oder 18 oder 20 gewesen wären und schwanger nach Hause gewesen wären, das wäre ja nie ein Problem gewesen. Nein. Also, das ist eigentlich noch ... Das ist schon schön. Das haben ja nicht alle gesagt. Ja. Das ist schon so. Das wäre ja nicht besser gewesen mit uns. Das wäre ja nicht besser gewesen, wenn sie nicht arbeiten konnten. Das wäre eigentlich kein Problem gewesen. Wenn wir alle nicht geholfen hätten, wäre es ja nicht mehr gegangen, wenn es in den letzten zwei Jahren wäre. Nein. Wenn wir nicht ... Es sind alle immer etwas mitgekommen. ... miteinander ein bisschen gearbeitet hätten, wäre es ja nicht mehr gegangen. Hast du nicht jemanden, etwas schlechtes Gewissen, dass du das alles noch aufrecht erhalten kannst, wenn die Kinder nicht mehr wieder helfen können? Ja. Ja. Also, mal ... Irgendwann hat man schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber ... Also, ich ... Ich weiss nicht, es ist einfach immer wieder schön, wenn die Kinder nicht mehr helfen können. Dann kommen sie zu null. Und wenn sie nicht mehr helfen können, kommen sie nicht mehr. Aber ... Ja, also gut. Nein, nein. Also, ich muss schon sagen, es wäre für mich wahrscheinlich komisch, wenn wir jetzt mit allem dorthin würden. Ich habe halt schon immer noch einen dorthin. Ja. Gegen uns ja nicht anders. Ja. Gegen uns genau gleich. Einfach ... Ungefähr. Ja, ja. Das Transportunternehmen Baldini in Altdorf. Also, ich lasse das Tor rufen. Du kannst den Lastwagen hinterher stellen auf dem Parkplatz. Ja. Und dann schliessen. Dann schliessen wir rein. Gut? Ja, gut. Tamara Epp ist im zweiten Lehrjahr als Lastwagenfahrerin. Noch darf sie nur auf dem Gelände der Firma fahren. Du bist immer noch etwas nervös, wenn du fahren kannst? Ja, das erste Mal war ich recht nervös, aber langsam. Langsam klappt es. Ja. 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 Ich bin sicher in einem Ackerbauern. Nein, nein. Ja, lieber nicht. Es ist schon schade, wenn der Beruf nachher nicht mehr wäre. Aber es ist wirklich streng und v.a. mühsam. Seit Tamara in der Lehre ist, lebt sie in Altdorf. Hallo. Zusammen mit Marcel gründete sie eine WG. Er hat seine Lehre inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Und dein Zimmer ist wo? Dein Zimmer ist hier. Verschiedene Bilder aus Erinnerungen. Und hier habe ich noch ein Bild von Mami, von Daddy und von mir. Und von der Grossmama der Firmung. Mit den Firmgotten. Und hier noch mit Mario und so. Familienbildern. Mhm. Hast du auch mal nach Hause wie ein Ackerlchen oder nicht? Zwischendurch schon, aber ich bin schon ein Jahr da und habe mich langsam daran gewendet. Ja. Heute ist Silvia zu Besuch. Ja, wie ich? Eigentlich wäre es nun Zeit für das Abendessen. Jetzt kochst du heute in der Nacht? Nein. Hättest du gerne? Nein, es ist ja Weihnachtsessen. Das kannst du nicht schlauen. Die Karte muss man noch warten. Das zeige ich dir schon seit einem Monat. Nein, das habe ich dir schon seit einem Monat gesagt. Nein, ich weiss nicht, warum du schon. Ich kann dir jetzt den Rest durchgehen. Das müsste ich nur noch nehmen. Und dann gehe ich in den Briefkosten stitzen. Wie läuft es so in der Wege mit den neuen Zweiten, Amara und Marcel? Ja, manchmal besser, manchmal schlechter. Ja? Je nachdem, ja. Das ist halt eine Wege, oder? Was heisst das? Ja, manchmal könnte man einander gründen ins Land, manchmal nicht. Ja, warum dann Marcel? Ja, das sind immer die gleichen Fragen. Manchmal wegen dem Waschen. Wie er denn waschen? Oder er lässt jemand etwas stehen lassen, die andere Person kommt nach Hause und dann denkt man, oh, jetzt hat er wieder nicht aufgeräumt. Jetzt hat er den Kieselsack wieder nicht entsorgt, oder? Aber das ist ja zu Hause manchmal nicht das Gleiche. Das ist ja zu Hause auch nicht immer Frieden, Freude, Eierkuchen. Also von dem Herzen ist der Seufd erträgbar. Marcini Macherli, oben sieht man dich nicht mehr so viel. Warum? Ja, nicht mehr so viel. Ja, eben. Ich bezeihe, ich wohne schon länger nicht mehr zu Hause, oder? Ich habe ja quasi mein Leben. Ich habe ja 100 % Stellen, die ich machen möchte. Ich habe schon nicht erwartet, dass man im Sommer, sonst arbeitet man schon, hat man viel Arbeit, man ist die ganze Woche immer unterwegs. Und dann kommt man vielleicht am Freitag am Abend zu Hause, oder am Samstagmorgen, je nachdem. Und dann kann man nicht erwarten, dass man Samstag, Nachmittag und Sonntag auch noch dort, weil irgendwann müssen wir es wieder generieren. Aber ja. Und dann? Gut, alle schön lachen. Der 28. Dezember. Für Silvia und Stefan ein bedeutender Tag. Soeben gaben sich die beiden auf dem Standesamt im Luzernischen Wohlhusen das Ja-Wort. Gut. Gut. Super, danke. Wie fühlt man sich jetzt? Ja, gut. Nie mal Lebensabschnitt. Heisst du jetzt immer noch nicht? Ja, ich habe meinen Namen gehalten. Er hat sich entschlossen, meinen Namen noch zu nehmen. Ja. 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 Aber es war immer klar, dass wir heiraten wollen, dass wir so ein bisschen das klassische Familienbild leben wollen wollen. Und jetzt mit dem Kind ist das W. Ja. 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 Darum haben wir jetzt eigentlich zu diesem Schritt entschlossen. Es wäre eh so ein, zwei Jahre Planung gewesen. Es hätte sich jetzt einfach noch ein bisschen vorgezogen. Ja. Aber es war eigentlich immer ein Herzenswunsch gewesen. Die Sorgen des Alltags sind an diesem Tag weit weg. Dein grösster Wunsch für die nähere Zukunft? Silvia eine Familie zu haben. Voneinander da zu sein. Und die Sicht zur Familie, ob weiterhin einen guten Draht zu haben. Ja, ich freue mich sehr auf diese Zeit. Es wird sicher viele schöne Momente geben. Und ja, es ist schon etwas Einzigartiges als Kind. Das kann man sich ... Ja, das ist ein Glück, das man sich nicht kaufen kann. Sepp, der normalerweise allen Veränderungen gelassen gegenübersteht, geht die Heirat seiner Tochter nahe. Wie ... Hast du den Moment der Trauung erlebt? Ja, es ist eigentlich ... ... schön, das Feierchen. Also, ja. Aber es hat bewegt. Ja, also, ja. Es hat mich wirklich, ja. Aber es hat Tränen gegeben bei dir? Ja. 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 Ja, ja. Ja, man hat ja schon wieder ... ... eine Tochter weniger. Ja, doch. Ja. Also, gut, die wurde schon wieder etwas nach Hause gekommen, aber ... Ja, aber wir mussten einfach rechnen, dass man ja ... ... das Kind weniger hätte. Ja. 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 Ja, ja. Die Alp Peschüm oberhalb von Airolu. Marianne hat ihre Stelle in Zürich aufgegeben und ist wieder in die Berge gezogen. Sie arbeitet nach wie vor im Gastgewerbe, aber eigentlich schlägt ihr Herz für die Landwirtschaft. Ein Dilemma. Präger. Da bin ich wirklich hin- und hergerissen. Eigentlich habe ich eine Hotelfachschule gemacht und ich könnte einen Ring gut Geld verdienen. Aber trotzdem kann ich zu Hause nicht loslassen. Ich kann einfach alles hin- rühren. Mit Traum ist es, das zu verbinden, Gastronomie und Landwirtschaft in eins zu bringen. Aber wie, weiss ich noch nicht, wie ich das machen will. Das Landwirtschaftliche Bildungszentrum im urnerischen Seedorf. Weitere Rassen? Marianne, wie ist es auch noch Rassen? Charolais. Wie sieht die aus? Weiss. Hast du sie schon gesehen im Kanton Uria? Nein. Nicht von, woher kennst du sie? Von Frankreich, glaube ich. Ja, richtig. Die Hotelfachschule hat sie schon absolviert. Nun besucht Marianne auch noch die Bauernschule. Jetzt mache ich wenigstens die Büroschule. Was dann an ist, ob ich weiterbüro oder nicht, ist ja eine Nebensache. Aber es ist sicher eine gute Grundausbildung, die man nebenbei machen kann. Und arbeiten kann ich ja immer noch in meinem Job. Und dann, ja, ist das nicht so eine Sache. Hast du den Sinn, den Hof, deinen Macherchen zu übernehmen? Ja, jein. Das weiss ich eben noch nicht so richtig. Das ist momentan noch eine verwirrte Situation, weil ich denke, ich habe einen sehr, sehr guten Job jetzt in Neurolo. Und der Hof, nur dazu hin, wäre fast ein wenig sehr viel für mich. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Vielleicht hat sich bis dann die Situation geklärt. Mit etwas Unterstützung könne sie dann das Achali übernehmen. Zudem spielt sie mit der Idee, dort auch einen Gastbetrieb zu eröffnen. Fertiglauf. Seit dem 2. Februar 2019 ist Luisa auf der Welt. So heisst die Tochter von Silvia und Stefan Epp. Doch jetzt, Anfang März, liegt das Baby schwer krank im Kinderspital Luzern. Sie hat sich mit der Kiechhose angesteckt. Sie ist dann blau angekommen und hat einen immer geschnürfeten Moment. Und dann, ja, bin ich dann sofort mit ihr im Spital. Und dann haben sie das eigentlich noch gerade abgeklärt. Was sagen dann die Ärzte? Ähm, ja, es gibt auch eine langweilige Geschichte. Ähm, ja, aber es nimmt einen schon mit. Es ist halt ... Aber es ist dein eigenes Kind. Ähm, ja, irgendwie mag es einem denselben. Und v.a. eben, weil es jetzt wirklich gerade bei so kleinen Kindern kann es halt wirklich schwer verläufen. Und man hofft dann einfach, dass sie wieder voll gesund wird. Und dann hat man die Sorgen auf dem Hof ein wenig nachgelassen. Nicht wirklich, nein. Aber ja, das hat im Moment überhaupt keine Priorität. Während Silvia die ganze Zeit hindurch im Spital bei Luisa bleibt, schaut Stefan einmal am Tag vorbei. Hoi. Hoi. Ja. Die Sorgen um seinen Hof und jetzt die Krankheit seiner Tochter machen ihm zu schaffen. Ja, ich mag eigentlich nicht so viel verleiden wie in letzter Zeit. Und ja. Ja. Auf der einen Seite ... ... vielleicht am besten, wenn ich jemanden habe, zu reden. Ich bin über die ganze Situation, Traum und Traum. Ja. Und Silvia? Hast du ja zu reden. Das ist aber manchmal stebiger, wenn man noch eine andere Person hätte. Ja. Und dir fehlt im Moment? Ein bisschen weit schon, ja, und ... Hey. Soll ich jetzt ein Mami? Jo, jo grüezi. Jo grüezi. Ja, wie ist er? Ja, wie ist er? Ja, wie ist er? Ja. Ja. Ich nenne dich hier wieder auf die Seite. Hallo, Paula. Die drückende Hitze dieses Sommertages kostet die Familie Epp manchen Schweisstropfen. Der Wintervorrat für die Tiere muss in den Stall gebracht werden. Marianne ist inzwischen diplomierte Bäuerin. Sie hat die Bauernschule mit Bestnoten abgeschlossen. Und wir müssen lebenspacken werden. Und ärgert die Pflicht bin. Auch die inzwischen elfjährige Julia packt mit an. Pässt du das,'s zu bauen, oder willst du etwas anderes machen? Ja, ich glaube, etwas anderes, weil die Türen, ja, ich weiss auch nicht. Also, für ein Hobby wäre es schon gut, aber so präflich bin ich mir nicht ganz sicher. Sepp bedient den Kreisler. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit muss er die schweren Arbeiten seinen Kindern überlassen. Es scheisst einem manchmal schon richtig an, wenn man das Gefühl hat, dass man das Wochenende machen kann, aber dann geht man daher zu helfen. Ich kann nicht so sagen, weil sich Daddy und Mario kaputt arbeiten und ich nichts machen kann. Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen nicht helfen kann. Da ist eher ein bisschen Angst, weil sie so viel arbeiten. Nur weil die Jungen mit anpacken, kann der Bergbauer seinen Betrieb noch aufrechterhalten. Das ist ein bisschen brutal, wenn man einfach mal aufhört und sagt, dass er seine Jahre geniessen sollte, ohne immer noch zu werfen. Ja, ich sage mal, es wäre gut, aber wenn der Daddy noch nicht mehr glücklich ist und wenn er dann nachher so ein bisschen ... Ja, ich weiss auch nicht, so ein bisschen blanken kann und gar nichts mehr machen kann, ist aber auch nicht gut. Ich glaube, das ist ein bisschen so toll, dass er aber noch nicht schlecht ist. Ich habe wenigstens in der Natur von ihnen dann geblieben. Ich denke, bis ihr lamentiert ist, ich bin mir viel demotiert, dass er mir ein bisschen in dem atmet ist. Aber ich bin nicht sicher, dass er andere mit dem Monat ist. Wir sehen uns nicht, dass er sich nicht in diesem Moment vorhandelt sind. Sonst ist das für meine Mutter. Und ich bin obecnie ein bisschen angek splashing. Wir sehen uns, dass er uns nicht mehr so viel aufhört hat. im Hof im Luzernischen Roswil. Wie geht es Luise im Moment? Wieder recht gut. Die 100 Tage sind jetzt durch, wenn die Küche entdeuert. Sie geht eigentlich gut. Sie ist einfach ein wenig fein und klein, aber ... Doch von einem unbeschwerten Leben kann keine Rede sein. Der Betrieb ist hoch verschuldet. Stefan muss den Konkurs anmelden. Das ist der Fall. Ich kann mir vorstellen, dass das niemand so gerne macht. Es kommt Kurs an, ja. Es gibt keine Möglichkeit, dass das gleiche weitergehen soll? Nein, aktuell ist die jetzige Lage nicht mehr. Wie hoch sind denn die Schulden? Ja, gegen eine vierte Million zu. Das ist jetzt eine gute Idee. Das ist viel Geld. Ziemlich viel, ja. Belastet dich das schwer? Also sehr, ja. Ich hatte ein paar schlaflose Nächte. Und ja, teuer. Eine Viertelmillion Franken Schulden. Dazu Luisas Krankheit nach ihrer Geburt. Silvia kann nicht zurück in ihrem Beruf als Pflegefachfrau, wegen ihrer Hüftprobleme. Lange Zeit sagte er ihr nichts über seine finanziellen Probleme. Beiden fehlt eine Perspektive. Er ist schwermütig und sie enttäuscht. Du hättest ... ... hättest du ein bisschen besser schauen können, ein bisschen mehr zuschaffen, ein bisschen mehr Hilfe holen, ein bisschen besser die Buchhaltung anschauen. Es hättest schon Sachen, die ich anders machen konnte. Ja, und wenn man es genau nimmt ... Eigentlich ist man mit 22 jetzt, so wie du angefangen hast, und es ist fast keine Unterstützung von ... Also, ja ... Irgendwo ... Es hätte ja fast ... Hätte ich dich vorher erkannt, hätte ich dir das ein bisschen prophezeien, dass es so rauskommt. Kannst du es schon so einfach sagen? Ja, ich weiss, dass es nicht einfach ist, Stefan. Jetzt schauen wir einfach, das Beste zu machen. Aus dieser Situation. Und jetzt gehen wir weiter. Lass das Land weitergehen. Wenn wenigstens Silvia eine Stelle hätte, dann könnte sie die finanzielle Situation etwas verbessern. Die 24-Jährige sucht sich Hilfe bei Esther Hofstetter von ProCup. Die Organisation hilft unter anderem Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Umschulung. Lange kann Silvia nicht auf den Beinen stehen. Eine Arbeit im Sitzen wäre ideal für sie. Sie haben Fachfrau Betreuung gelernt. Ja. Das ist klar, das ist auch bei Dreifall klar. Das geht nicht mehr. Die Diva geht davon aus, dass eine leichte Tätigkeit, vielsitzend, dann aber möglich wäre. Ja. Jetzt geht es ja etwas darum, was das wäre, oder? Es ist auch immer das KV im Raum. Ja, aber mit dem KV kann ich mich einfach nicht anfreunden. Also, das KV ist sicher die letzte Option. Und ja, also alles andere vorher. Der Sozialpädagogen wäre auch noch ein bisschen abdenklich gewesen. Es ist einfach die Belastung, ein heisse. Aber es wäre vielleicht mal zu testen. Mhm. Ja. Aber es entspricht mir einfach nicht. Silvia fühlt sich eng verbunden mit den Tieren und der Landwirtschaft. Am liebsten würde sie Bäuerin bleiben. Ja. Ja. Marcel Epp hat grosse Pläne. Er baut sich in Altdorf ein Geschäft auf. Das wird dann eigentlich mein Büro. Wenn die Kunden kommen, kann man sagen, wir sitzen zusammen, trinken einen Kaffee, schauen wir auf den Computer miteinander an. Das ist für diese ganz einfache Zwecke, wenn man hier etwas im Trockenen ist, weil man hier in einem Föhnungen-Gebiet ist. Und hier, wenn er geht, geht er richtig. Es ist nicht so angenehm, wenn man draussen auf dem Platz etwas besprechen. Dann kann man auch miteinander hier zusammensitzen. Marcel vermietet und verkauft Anhänger. Transport und Handel nennt er seine Firma. Weil sein Unternehmen noch in den Startlöchern steckt, arbeitet er auch noch als Lastwagen- Chauffeur. Jetzt sind ein paar Anhänger. Von wo sind denn die? Also die, die jetzt hier sind, sind eigentlich alle von Polen importiert worden. Das heisst, ich bin auf Polen gegangen. Das ist eine Stunde vor der russischen Grenze. Sie haben mir das abgelagert, seit miteinander zu Nachtessen. Da mussten sie sagen, das probiere ich, oder? Also man muss wirklich sagen, es hat alles funktioniert, es ist eine schübere Sache, ja. Dann haben wir gesehen, kann man eigentlich zufrieden sein, oder? Das habe ich jetzt alles aus meinem eigenen Sack finanziert, oder? Sprich, mein Sparkonto hätte daran glauben müssen. Aber jeder, der mit etwas anfängt, ist ein Risiko eingegangen, oder? Beim einen zahlt es sich aus, beim anderen zahlt es sich weniger aus. Hast du wohl einen verkaufen, den Anhänger jetzt? Ja, einen habe ich schon bereit, zu verkaufen, oder? Und jetzt, der daher, das ist eine Okkassion. Ich habe ihn eingekauft. Der ist jetzt gleich, den nächsten Tag muss er auf die Kontrolle. Aber da hatte ich auch bereits einen Käufer für den, oder? Ja. Also von dem her gesehen, eine Vermietung, den kann ich jetzt den nächsten Tag zwei, drei Mal nachher vermieten. Ja, von dem her gesehen bin ich eigentlich zufrieden, sonst ist das gut gelaufen, oder? Also ein richtiger Businessman geworden. Ja, ich hoffe es, dass sich das dann einmal wird, oder? Die Situation ist nicht besser geworden bei Silvia und Stefan Epp. Der Konkurs des Hofes oberhalb von Roswil löste bei ihm eine Depression aus. Mehrere Wochen verbrachte der 27-Jährige in einer psychiatrischen Klinik. Vor wenigen Tagen ist er wieder zu seiner Familie zurückgekehrt. Mhm. Die letzten sechs Wochen, als ich in St. Durban war in der Klinik, den Betrieb so gut managen konnte, schätze ich sie. Und ich bin auch sehr dankbar. Mhm. Klar, ich habe meine Fehler gemacht in den letzten Jahren. Drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre zurückgegangen. Eigentlich wäre es besser gewesen, wie hättest du mir das früher gesagt, dass du uns so Schulden hättest. Ja, es war natürlich auch die Angst, weisst du, vor allem, was ich hatte, dich zu verlieren. Ja. Also, ich bin auch in der nächsten Woche. Ich kann etwas besser kommunizieren. Ich bin auch wieder etwas ruhiger, etwas entspannter. Ich bin bei gewissen Sachen etwas motivierter. Ja. So. Also, dann gehe ich jetzt. Ist es gut? Tschüss. Mach es gut. Ja, schön, wenn man es nimmt. Stefan muss sich aber noch schonen und unnötige Belastungen vermeiden. So lässt er an diesem Tag Silvia allein ziehen. Sie geht an die Versteigerung der Kühe. Der Anlass findet im luzernischen Gunzwil statt. ... Katalog Nr. 46. Dann kommen wir zum nächsten Ring, Katalog Nr. 8. Alle 20 Milchkühe von Stefan und Silvia werden versteigert. Vom Erlös sehen die beiden nichts. Er fliesst vollumfänglich in die Konkursmasse ein. Das ist jetzt meine. Jetzt seht ihr, wo ihr hingekommen seid, alles vom Bestand. Epp, Stefan und Silvia. Also, who's move? Bei 2'000. Ich will zum Start nur noch 2'000. 2'000, 2'000, 2'000, 2'000, 2'000. 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24. 24 ist spotten. 24 ist spotten. Hier eine herrliche Kuh. 27 ist spotten. 27 ist spotten zum Ersten. 27, 50, 27, 50, 28, 100, 28, 100, 28, 128 ist spotten zum Ersten. Zum Zweiten und zum Dritten wünschen Glück, Katalog Nr. 1, 28, 50. Mhm, das ist ein guter Ding. Ja, das hat mich schon jemanden an mir gegeben. Das ist klar, oder? Das ist jetzt schon so endgültig. Ja. Der ganze Viehbestand konnte vermarktet werden. Nun heisst es Abschied nehmen. Das Ende eines weiteren Bauernbetriebs. Komm, Petty. Zu der hast du eine enge Beziehung, oder was? Ja, das war meine. Also bis vor ein paar Minuten. Gäudeulose ist schon, oder? Ja, das ist eine ganz ergebliche. Ich gehe bis nach Basel runter. MIT TELETEXT-UNTERTITELUNG Im Acherli nimmt alles seinen gewohnten Lauf. Sebs Körper sagt ihm schon lange, dass er kürzer treten muss. Aber noch hat er keine Lösung gefunden, um sein Bauerngut zu retten. Deshalb macht er weiter, trotz versteiften Sprunggelenken und Prothesen. Geht es noch gut, so zu arbeiten, zum Steiligstus? Nein, geht. Es ist schon etwas anders. Aber man arbeitet etwas und versucht, es etwas zu machen. Aber nein, nein, sonst ... ... hat man schon etwas mehr. Mit seinem eigenen Schicksal kann er gut umgehen. Was ihn aber bekümmert, sind Silvias und Stephans Probleme. Das beschäftigt mich eigentlich mehr als ... ... als wenn es heisst, ich müsse die Tüfe erheben. Also, ich meine, wenn der Junge ein solches Problem hat, das ist nicht schön. Und das ist ... Ja ... Das ... Da denkt man manchmal ... ... darüber nach, was man da machen könnte. Oder, ja ... Aber man kann ja nicht helfen, oder man kann sich nicht gut helfen. Doch insgeheim hat sich der 66-Jährige bereits eine Lösung ausgedacht. Eine, die auch ihm entgegenkommen würde. Schon lange möchte Sepp seinem Betrieb an die nächste Generation übergeben. Man weiss noch nicht, was jetzt mit Silvia geht. Und in dem Moment ... Man darf das mitgeräumt lockieren. Und dann vielleicht, dass Silvia und sein Mann ... Ja ... ... wenn es sonst kein ... ... hat er vielleicht noch eine Chance, irgendwer mit Geissen oder Schafen oder etwas zu machen. Aber Sie haben wirklich das Gefühl, Silvia und Stephans kommen hier zu bauen? Das ist doch ... Nein, ich habe das Gefühl nicht. Aber wenn sie gar keine Arbeit haben und gar nicht haben ... ... hat man immer noch eine Chance, etwas zu machen. Das ist eigentlich sicher noch wichtig, dass man im Leben noch arbeitet. Musik Es ist still geworden, so ganz ohne Tiere, im Gehüft oberhalb von Roswil. Doch statt Trübsinn herrscht Aufbruchstimmung. Silvia und Stephans haben mit Sepp über die Hofübernahme geredet. Die beiden wollen nun ins Acherli ziehen. Was hat denn jetzt zu dem Gesinnungswandel geführt, Silvia, dass er gleich überlegt, das Acherli zu übernehmen? Ähm ... Ja, das sind so ... Ich denke, der wichtigste Faktor ist sicher auch die Perspektivenlosigkeit, die wir hier draussen haben. Also, Stefan hat einen Job gesucht und hat noch nichts gefunden. Und ich bin jetzt seit vier Jahren mit der IVA-Umschulungsmassnahmen dran. Das geht und geht nicht vorwärts. Also, ich habe jetzt wie immer an einen Punkt gekommen, an dem ich sage, dass ich eine andere Lösung haben muss. Für mich ist ... ... diese Sache hier auch abgeschlossen. Und heute ist auch die Entscheidung besser. Wir können jetzt entscheiden, eine Sache zu übernehmen. Wir sind jetzt glücklich mit dieser Lösung. Ja, das sicher. Er wahrscheinlich mehr als ich. Es war ja immer sein Traum, wieder einen Ort anzufangen. Und ich denke, für ihn ist das schon, gell? Wenn du den Tadion die Unterstützung hast, kannst du ja auch darauf gehen, dass es funktionieren wird. Ja, das ist auf alle Fälle. Und für mich ist das so ein bisschen ... Ja, ich meine, ich habe das hier oben immer ... Ich meine, das sind ja meine Wurzeln. Ich hatte den Hof immer gern. Und die Tiere und alles, die hier oben sind. Ähm ... Wäre mir jetzt aber auch gleich eine andere Lösung gewesen gewesen, aber man verliert sich mit der Zeit mit dem Gedanken an. Ja, und jetzt probieren wir das. Eine Hürde muss noch genommen werden. Silvias Geschwister müssen mit der Hofübernahme einverstanden sein. Marjan Epp hat seit ein paar Monaten eine neue Stelle. Ja, wir sind heute wegen der Wildkarte zusammengekommen. Wir wollten das ja noch mal besprechen, was wir hier machen könnten oder Ideen sammeln. Die 29-Jährige arbeitet in der Schweiz als Kaderfrau in einem Restaurant. 13 Mitarbeitende führt sie. Die 29-Jährige arbeitet in der Schweiz als Kaderfrau in einem Restaurant. Diese mussten sich zuerst einmal an den frischen Wind gewöhnen, den sie in den Betrieb brachte. Es war eine turbulente Zeit, seit ich hier war. Wir hatten wirklich die neuen Strukturen innen zu bekommen, sehr, sehr schwer. Aber mittlerweile sind wir jetzt auf einer guten Bahn und das mit dem Team zusammen gut umsetzen. Stets zögerte sie, den Betrieb ihres Vaters zu übernehmen. Dass nun Silvia und Stefan ins Acherli einziehen möchten, findet die gelernte Bäuerin keine gute Lösung. Die beiden seien nicht in der Lage, den Hof erfolgreich zu führen, glaubt Marjan. Zudem befürchtet sie, ihre Heimat zu verlieren. Das Acherli war für mich immer der sicherste Ort. In Anführungs- und Schlusszeichen. Ich wusste, wenn alles abgeht, sei es im Geschäft, sei es im Leben, dann konnte ich immer ins Acherli zurückgehen. Und das Acherli war immer ein sicherer Ort, wie es eben ist, wenn man eine Familie hat. Und wenn jetzt das Bach abgeht, dann habe ich das Gefühl, es fehlt mir nachher ein Teil. Und wenn ... Ja, das glaube ich ... Ja. Cool. Im Acherli kommt es Anfang Dezember zu einer Aussprache. Die Familie bespricht die Zukunft des Hofes. Es ist eigentlich schön, dass man einmal zusammenkommt. Aber wir wissen ja, dass es irgendeine Veränderung mäßt gab, dass man vielleicht wirklich eine Lesung miteinander finden konnte. Der Tadi hat das hier aufgebaut. Der Tadi hat viele Stunden, viele Jahre gearbeitet. Ich finde es schade, wenn man das jetzt den Bach ablassen lassen lässt. Ja, wenn man es eigentlich erhält. Und ich meine, es gibt keine Garantie, dass das funktioniert. Es gibt für nichts im Leben eine Garantie. Ich denke, aus meiner Sicht ... Natürlich habe ich in vier Jahren die Buchhaltung mitbekommen. Das habe ich euch schon einmal gesagt. Dass das eine sehr, sehr schwierige Sache ist, mit diesem Betrieb, mit diesen Einnahmen von Direktzahlungen mit einer Familie durchzukommen. Reiche werden wir hier nie. Das ist uns völlig bewusst. Aber so, dass wir leben können? Reiche werden wir sicher nicht, denn die Buchhaltung ist ein Nullspiel. Aber ich finde, man kann es eben noch etwas zu pessimistisch sehen. Ich bin nicht pessimistisch. Ich sehe einfach, was ich sehe in der Buchhaltung. Man muss sich einmal anschauen und dann entscheiden. Ich meine, du redest jetzt so, wie wenn du da der Oberprofi wärst und alles wüsstest und so. Ich meine, ein bisschen Einblicke hatte ich auch in den letzten Jahren. Also ... Ich bin einfach der Ansicht, dass wir das ... Ja, wir müssen das sicherlich anschauen, ja. Ich will ja nicht sagen, dass du einen Einblick bei dir hattest, ja, aber nicht bei uns. Ich habe den Täti auch schon ... Zwischen den Magen haben wir etwas angeschaut, aber ... Ja. Mhm. Ja, dir. Vorher, wenn wir alles zusammenstreichen, Lampen verpachten und Hobbybetrieb uns macht, das ist einigermassen eine Existenz. Das andere ist nichts. Absolut. Gar nicht. Doch, du tust ja trotzdem noch ... Man hat ja immer noch ein Tierchen, dass man noch etwas hat. Aber das haben wir Bäuer ja nicht mehr zu tun. Das ist nur noch ... Wenn man Zwerghase hat, geht es in die Richtung. Ich war schwarz. Das war mein Heim. Einmal waren wir am 3. Jahr lang. Ich war bis abends um 20.30 Uhr dran. Ja, das haben wir jetzt vier Jahre so gemacht. Wir waren ja nicht. Manchmal sind wir wieder gekommen, dann wieder nicht. Klar werden wir Hilfe brauchen beim Heim und bei allem. Aber es sind sicher auch Leute, die hinter uns stehen und helfen uns. Es sagt ja niemand, dass wir nicht hinter euch stehen. Es ist einfach so, wenn man es jetzt abgeben könnte, und dann eben noch jeder sein eigenes Weg gehen kann. Ich habe jetzt einem Daddy geholfen und ich habe es gerne gemacht. Und ich werde es immer wieder machen. Aber am Schluss aller Endes ist es der Eicherhof. Und er muss dann schauen, dass er irgendwie zum Schlag kommt. Ich hoffe, er sei uns einfach nicht besser, wenn wir nicht mehr so viel da sind. Ich meine, es ist nicht mehr unser richtige Zuhause, sondern es ist in der Eicher Zuhause. Ich möchte einfach, dass es im Frieden ein bisschen auseinander geht. Es ist zwar ein Schott, dass sich alle Fans anzeigen und machen können, nur weil es so ist. Es sind alle willkommen hier bei uns. Ja, egal wie manchmal unter dem Jahr, dass ihr vorbeikommt, dass es euch überlassen ist. Ich will, dass ihr noch kommen möchtet, aber es sind echt, die Türen sind offen für euch. Was ich dem, was ich ihnen noch sagen möchte, ja. Ich hoffe eben, dass keines da hessig geht und sagt, man hätte das nicht so machen oder dürfen. Also ich gebe ihnen jetzt einfach gar die Chance. Aber ich meine, es ist nicht eine schlechte Lesung so. Es ist ein frostiger Tag und doch voller Hoffnung. Ich will, dass ihr gerade wisst, wo die Sachen herkommen. Ich will, dass ihr gerade wisst, wo die Sachen herkommen. Küchentisch, Stauben, Wäschküche, Stauben. Ist gut? Nur Marcel hilft den beiden beim Einzug. Alle anderen Geschwister zeigen sich an diesem Tag nicht. Sie glauben, dass Silvia und Stefan die neue Aufgabe unterschätzen. Also unterschätzen glaube ich eher nicht. Ich meine, ich bin ja hier aufgewachsen. Ich weiss, was es heisst, hier zu bauen. Und ich bin sicher, wenn man es ein wenig gut organisiert, hat man hier eine Existenz. Weil der Tadje hier die vier Kinder hier grossgezogen. Und wie bist du zufrieden mit der Lösung, dass Silvia und Stefan übernehmen? Ja. Also für mich ist es wichtig, eine Lesung gegeben hat eigentlich. Also ... Wir müssen es ja selber schauen, und das geht schon. Stets ging die Familie gemeinsam durch dick und dünn. Nun ist sie gespalten. V.a. Marianne ist verärgert. Ja, es ist ein bisschen geschaut. Ja. Belastung hat das Kind. Ja, es ist wirklich ein bisschen belastend, aber ... Du kannst es nicht beeinflussen. Wir mussten nicht die Rechte gewinnen. Sie hat wirklich die letzten Jahre schon Herzblöte hineinsteckt. Ja, aber sie konnte sich nicht dafür entscheiden, 100 %. Und ich meine, sie konnte nicht mir jetzt einen Vorwurf machen, wenn sie sich nicht hätte entscheiden können. Sie hatte die Faden in der Hand, sie hätte sagen können, ich nehme es, und dann wäre es klar gewesen. Dann hätte ich ihr nie einen Vorwurf gemacht. Das ist wirklich nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Einfach dann ... Ja, dass man lieber am Ende den Kindern nicht mehr in die Augen schauen darf. Aber wenn sie kommen ... Ja, und ... Das ... Ja, es ist schade. Was ist das? Aber ... Ich hoffe, dass es sich alles wieder erlickt. Ich glaube, den Tisch nehmen wir zuerst hier drin. Sepp wird mit seiner Lebenspartnerin Maria und Tochter Julia nach Bristen ziehen. Noch ein Dreier. Noch ein Dreier. Alle alten Möbel müssen raus. Auch der Küchentisch. Um ihn herum versammelte sich jahrzehntelang die Familie. Ja, also ... Der Tisch reiht mich eigentlich nur recht. Es war noch ganz derjenige. Aber ... Ja ... Bei der Wahrheit ist es hart, wie bei uns auch die Alten entfernt werden und die hineinkommen. Ja. Doch einen schwierigen Moment. Ja. Ich hatte schon viele schwierige Momente im Ockerli. Und das ... Ja ... Aber das kommt, dass es schon wieder geht. Ich muss positiv denken, und dann kommt, dass es schon wieder geht. Und so endet diese Geschichte mit einem Neuanfang. Viele Jahre lang hat die Familie App um eine Lösung gerungen. Jetzt ist sie da. Aber der Schatten über dem Achali, der bleibt. SWR 2022